Ich bin für blau, Jungs. Für grün. Wo ist denn blau? Steven will eine kurze Runde machen. Wir können auch eine kurze Runde machen. Dann machen wir eine kurze Runde. Wir gehen Schule. Alles klar. Aber möglichst zusammenbleiben, wenn wir Schule gehen. Oh nein, ich bin auch gerade raus. Ich bin doch jetzt auch gerade raus. So genau, richtig. Wir mussten raus, Steven. Hättest du gar nicht später rausgehen können. Ich hab aber nicht gewollt. Er wollte zu uns zur Schule schicken und dann selber weiterfliegen. Er wollte einfach nur weiterfliegen. Ich versuche hier auf der Schule direkt oben drauf zu landen, ne? Ja, ja, klar. Ich lande beim Schild oben. Beim Kreuz, beim Stern. Ich wollte schon sagen, Alter. Ich lande keiner direkt bei der Schule. Ich wollte gar nicht runter, egal mit nun. Du bist komplett runtergefallen. Das ist das Schwein, als du keinen Schaden gekriegt hast, Alter. Nein, nein, nein. Ich bin rein in die Schule gefallen. The fuck? Da fällt schon einer mit dem Auto weg. Nice, ein Zweierscope. Ich hätte gerne mal eine Waffe. Das wäre super. Ja, eine Shotgun habe ich. Ich hätte auch gerne eine Waffe. Ich habe noch nicht mal eine fucking Piste. Habe ich auch noch nicht. Habt ihr das Dach schon? Können Sie das durch hier oben? Also ich... Ich war nur kurz auf dem Dach auf der Seite, wo ich eben gelandet bin. Wollte aber auch nicht so lange rumtun. Hier ist noch eine Shotgun. Fährt irgendeiner mit einem Auto in Norden. Hoppla. Nimm dir erst. Ich gehe runter. Flup. Ah, hier bin ich. Aber hier sieht keiner aus, auf uns gelandet. Nee, direkt. Also ich habe niemanden direkt runterkommen sehen. Oh, eine Dreierbeste. Und man kommt nicht dran. Mit Tab vielleicht irgendwie, wenn du dich versuchst draufzustellen? Nein. Nein. Hier kommt ein Auto, glaube ich. Mann, Alter. Das ist ja echt mal ein Bitch-Loot hier. Nö, eine Dreierbeste ist doch nice. Eine Dreierbeste in so einem Team wie bei uns? Nee, sieben, die kannst du nicht looten. Ja, siehst du. Also sie haben quasi gar keine. Also gar keine. Ich habe eine AKM. Wir haben nur UMP und eine Schottie. Das ist richtig bitterer Loot. Hey, hier gibt es noch mehr. 100 Pro, das kann nicht alles sein. Oh, wenigstens ein M16. Aber ich habe ja schon mal Krüppel-Loot gehabt. Aber das hier ist ja echt... Ich habe noch eine AKM bei mir. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin in so ein anderes Haus. Ja, Schwimmbad ist das, glaube ich. Ja. Vincent. Ich glaube, es ist ein bisschen falsch. Aber ist okay. Hier vorne an der Ecke. Den Rest hier oben hast du schon? Dann weiter drüben? Drüben, ja. Okay, dann gehe ich jetzt eins runter. Ich habe nur eine Pistole mit 15 Schuss. Das läuft bei dir. Ich habe noch eine Schrotfinte zu vergeben, wenn du die haben willst. Oder hier sind zwei M4s. Oh, ich habe eine Uzi gefunden. Ich würde eine M4 nehmen. Komm, wir runter. Noch eine UMP. Hier liegen zwei M4s und 90 Schuss. Gibt es dir. Gibt es dir da für einen Zweier-Scope, dann? Das ist nett. Ich kann dir ein Red Dot geben, wenn du willst. Hab ich, hab ich. Oh, die schießen da echt fröhlich. Oh, noch eine A-Kelm. Will jemand eine A-Kelm? Ich habe schon eine. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich. Bei mir oben. Also hier liegt auch noch eine M4, aber keine Amo leider. Gut, du könntest hier ein bisschen. Du bist drüben, ne? Wimmbad. Einfach raus und rennen ins Schwimmbad. Okay, die Schüsse im Nordosten sind nicht. Warte hier nochmal kurz, damit ich es dir sagen kann. Oh, ein Zweier wegkriegt sogar noch. Mann, ich habe noch nicht mal einen fucking Scope. Einen Red Dot für meine M16. Ich habe einen Holo für dich, wenn du magst. Ja, ja, sehr gerne. Das ist sogar ein gutes Scope. Red Dot kann ich dir auch anbieten. Ach, eine Pan. Tobi, bist du bei mir? Nicht im Schwimmbad, du musst zu mir kommen. Komm, nochmal. Schwimmbad, schwimmbad. So, hier hoch. Weil das ist irgendwie echt verzwickt hier. War das noch ein Hörer? Ich meine, hier ist noch ein Zweier-Hörer, wenn du brauchst. Ein Schloss. Ich nehme mal gleich das. Das habe ich genommen. Ja, dann hat sich das auch gegessen. Ich muss ganz kurz pissen. Ja, ja, hier hoch, hier hoch. Genau. Ist noch ein Holo. Ist auch nicht schlecht. Von euch befürchtet doch keiner den Red Dot, oder? Und da, hier im Raum. Geradeaus. Wir müssen mal alles neu ein. Da, hier im Bader. Wir können ja bei Vincent schon. Aus, nice. Hey, ich habe eine AK. Okay, wir können. So richtig mieser Loot war es jetzt auch nicht. Aber schon bad. Schock, sich fast winzeln, wenn der Schrott hinter einen übergezogen. Ich komme jetzt mal zu euch ins Schwimmbad, wegen dem Holoside. Ja, ich bin nicht mein Schwimmbad. Norden. Äh, hier, hier bleibt einfach stehen. Nordosten. Hier. Wir fallen weiter auf den Höhe. Die fahren einmal rum. Wollen nicht mit uns spielen. Wir fahren wieder nach Südosten. Wo müssen wir, aber wir sind drinnen. Die Westen fahren so weiter. Wo sollen wir noch hin? Sollen wir noch irgendwo looten? Oder sollen wir unseren Loot schießen? Theoretisch haben wir genug Loot schießen. Geht gut. Hier sind auf jeden Fall Leute drinnen gewesen. Östlich von uns. Da läuft auch einer. Ja, da läuft einer zu Haus. Südost. Aber das ist nur einer von vier. Ja, ja. Oder drei. Ich rechne halt immer mit vier. Ja, ja. Bis die letzte Insta stirbt. Oben auf dem Dach ist auch einer, den sehe ich. Ist vielleicht nicht so kommentiert, dass wir an der gleichen Wand hocken, oder? Direkt das erste hoch aus rechts. Ja, da ist auch gerade rein der andere. Die sind beide im gleichen, glaube ich. Die haben uns definitiv gesehen. Da, ne? Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich nach Westen. Ja, dann lass uns auch nach Westen gehen. Meinst du, wir kommen hier weg, ohne geballert zu werden? Ja, kommen wir. Kommen wir. Wenn du hast, den Tank hier. Okay. Wo war dann hin das Nächstes? Ach. Bevenscrolls. Ähm. Ähm. Ruine. Oh, komm. Oder hier war einfach keiner. Das glaube ich nicht. Tatsächlich glaube ich das wirklich nicht. Dass hier keiner rumchillt. Ich habe dir geglaubt, dass du es nicht glaubst, nachdem du erstes Mal gesagt hast, dass du es nicht glaubst. Hier ist noch eine Pan. Ich bin schon da. Und hier ist auch geloodet. Wobei, ne, hier ist nicht geloodet. Oh, mein. Oh, verdammt. Bei mir war nicht geloodet. Da liegt ein Extended-Mack rum. Ich gehe mal hochgucken. Oh. Nicht zu weit spreaden. Hier liegt eine Schrotflinte ohne Ammo. Doch, hier ist geloodet. Aber hier liegt auch ein Achterscope, was wir nicht aufgenommen haben. Ja. Oh. Hier unten ist noch ein Zweier-Backpack drin. Noch eine Pan. Wie gesagt, hier ist noch ein Zweier-Backpack. Was ist besser? Ein Zweier-Backpack oder zwei Einer-Backpacks? Weil hier liegt direkt zwei Einer. Drei Halber. Drei Halber. Drei Viertel. Wir wollten eigentlich Ruinen nicht hierhin, aber jetzt sind wir irgendwie hierhin. Wir können auch Ruinen durchlaufen. Wir können auch Ruinen hier ausgehen. Du willst doch genauso hier rein. Naja, nee. Weil es auch Ansage war, hier sind welche, hier sind welche, aber hier nicht geloodet. Ich denke immer noch, dass hier irgendwelche rumchillen. Weil wie gesagt, ein paar Waffen sind auch nur Muni hier. In den Ecken gewesen. Oh, das sieht aus, ob ein Backpack nur schwimmen würde. Richtig keck. Du kannst einfach hier am Rand durchlaufen und dann ist gut. Hier noch ein Zweier-Helm. Irgendwo übrig ist, den würde ich nehmen. Oh, da hast du ein Zweier-Backpack. Oh, hier ist eine M4. Nee, hier war kein Arsch. Es gibt echt viele Leute, die mögen die M4 nicht. Und eine Dreier-Weste. Okay. Nehme ich. Hast du eine Zweier oder was? Es gibt viele Leute, die mögen keine Dreier-Weste. Ja. Ja. Genau. Ja gut, wenn sie... Noch eine Zweier. Oh, nehm ich. Nehm ich. Viererscope. Achter. Nehme ich auch. Nehme ich auch. Ich bin langsam nicht mehr so überzeugt, dass hier welche sind. Ja, okay. Entweder sind sie einfach nur blind. Oder sie waren hier nicht. Ruhig, los, los, mehr. Und gleich wird einer von uns erschossen. Und dann... Oh, das wäre witzig. Oh, das würde dir jetzt richtig zuspielen. So, ich habe eine VSS, ihr Spastis. Einer auf dem Klo. Du are a Wixer. Du hast Ruins, Ruins, Ruins. Ruini-ni. Ruins. Witzig, wenn wir jetzt Kirchner sehen würden. Die von uns weglaufen, meinst du? Die Schinken ihn und sich gegenseitigen Blasen. Ne, die auf dem Klo. Egal, solange ich sie erschießen kann. Ich meine, ich habe einen Kopf oben an diesem kleinen Turm da hinten. Jemanden pieken sehen. Wo ich da jetzt langgelaufen bin. Was ist ein kleiner Turm? Was ist ein kleiner Turm? Dieser im Nordwesten. Da ist doch so eine Erhöhung. So ein kleiner Berg. Und da drauf ist doch dieser Turmruin. Das da, ja? Nicht die Kirche. Ne, rechts neben der Kirche eben. Ja, ja, das, was ich markiert habe, oder? Ja, ja, genau, genau. Ich meine, da hat jemand gepiekt an den Stein. Aber den da oben kannst du nicht pushen. Der hat so eine geile Posi. Ne, nicht wirklich. Auf jeden Fall. Das ist eine todesgeile Posi. Einfach, ich bin mir auch nicht sicher. Ich war einfach nur, dass wir die Augen da hinten offen halten. So ein bisschen. Ich finde es witzig. Wir haben noch nicht einen gesehen, aber wir sind hier am looten, looten, looten. Vincent, mach dich nicht so fett. Was liegt denn hier? Eine M16. Ja, Alter. Nur eine Shotgun. Uh, eine Kilometerarmot. Die nehme ich. Was, was? Du brauchst noch eine, du hast nur eine Shotgun? Nein. Ich habe übrigens immer noch einen Achterscope übrig. Ja, aber ich nehme das, wenn du es nicht haben willst. Aber wenn wer eine Snife hat, gibt es den. Ich wollte gerade sagen, der eine Snife hat. Ich fange jetzt aus meiner AK zu schnappen. Hat wer eine SMG? Ja, ich habe eine VSS. Oh, nass. Ich zähl die VSS. Warum willst du eine Extended Mac dafür? Was für die VSS? Gerne. Ja, ich habe noch so eins rumfliegen, sehe ich gerade. Bist du hier bei mir? Komm, lass das mal hier oben treffen. Lass das mal hier oben treffen, wo die beiden sind, Steve. Oh, lol. Jetzt muss ich ja bereits zurücklaufen. Ja, musste. Musste. Lass mal nicht da oben, komm mal da runter. Ja, das ist eine gute Posey. Ich kann mich auch safe hier. Oh, mal gucken, ob es diesmal klappt, da den Stein, ey. Oh, guck mal, noch eine M16. Wenn du mir jemanden AK-Amo übrig hat, die würde ich noch nehmen, da habe ich nur 90 Schuss. Hier, hier, hier. Wooo. Lass mich mal schauen. Ja, habe ich 100 Schuss. Ne, Quickdraw brauche ich nicht, danke. Ja, das habe ich auch nur weggeschmissen. Das Deben hier, der Suppressor. Nice. Gib mir die 100 Chuss. Hat willst du irgendwann eine Sniper? Nee, oder? Nö. Gib mir die 100 Chuss. So eine AK. Obwohl, Ben, hier, nimm du das Cheekpad. Wooo. Ben, nimm's meine Frau. Ben, hast du das drauf? Yo. Achso, willst du es haben? Hier. Ja, gib her. Wer hat sich das in meiner AK geschnitzt? Boah, lass mich das auf meine UMP machen. Geht das noch, ja? Normal. Ja, sicher. Es gibt so auch eine Säge. Ich dachte, das wurde rausgepatcht, weil es halt unnütz ist. Warum? Ich würde gerne was ausprobieren. Die technischen Spielereien dafür sind da. Vincent, hast du, gibst du mir noch AK-Monie, oder? Äh, ja, ich kann dir 30 Schuss geben. Jungs, die OP-Pose. Achso, du hast selber AK, okay. Na gut. Ja, aber reicht. 30 Kasche geben. Alles klar, danke schön. Ich nutze die zum Snipen. Sonst nicht wie meine M4. So, bleiben wir jetzt hier chillen? Also, wir sitzen so, oder? Ich sehe etwas, was ihr nicht seht, und das ist Hase. Wenn ihr jetzt so sitzen lässt, ist das nicht so geil, wie wenn das laufen lässt. Die sind wahrscheinlich hier oben auf dem Berg, ne? Wenn die uns ankommen sehen, haben wir Schwierigkeiten. Ach, quatsch. Oh, really? Wir können den Dutt... Wir können den Dutt an jemandem hochfliegen. Hochfliegen? What? Richtig so. Oben auf dem Berg. Wer hätte das gedacht? Oh, Wunder, oh, Wunder. Sollen wir die da oben auf dem Berg? Versuchen, wegzukommen? Ja, so richtig backsteppen, Alter. Die werden schon ein bisschen in alle Richtungen abcampen, wenn der halb ist schlau. So, instant hingehen, dann dip, dip und der schlippen erst mal die Eier ins Gesicht hin. Da kommt auch der Airdrop auf 240 von mir aus. Jeep im Norden fährt aber Richtung Westen nicht hierhin. Alter, ich will auf jeden Fall immer hier, ich schau erst mal Richtung Norden, den Berg runter. Nicht, dass wir jetzt hier gleich so Bergsteiger haben, die uns hier so ans Leder wollen. Wir hatten noch den Überloot hier oben. Ich glaube, ich sehe da jemanden liegen, oder? Wo? Ach nee, das ist nur eine Spitze. Das ist nur eine Bergspitze, die so ein bisschen komisch ist. Ja, ja, ich sehe es auch gerade. Ich schwöre es dir genau das Gleiche. Ich dachte mir auch, das liegt wirklich jemand. So, aber war doch nicht. Nee, war nicht, zum Glück. Witzig, hier sind keine auf dem Berg. Bis jetzt, der Berg ist noch lang. Ja. Der Berg ist lang, groß und nicht richtig, dass die Welche sind. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Berg ist steinig. Scheiße. Bär. Bär wird steinig. Dieser Bär ist steinig, alles klar. Au, ich habe beschossen. Liegt da eine? Und wie ich beschossen hätte, die oben sind welche. Siehst du? So, sag nochmal eine. Ich dachte, du wirst nicht von hier oben beschossen. Ich bin nicht mehr schlafen. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ich muss mich heilen, ihr habt Zeit, oder? Ey, da war keine Zeit. Kann ich mal nach unten gucken, ob die jetzt umlaufen? Ja, müsst ihr machen, kann ich das. Das geht nicht wirklich. Ich kann von rechts gucken. Da unten fällt eine Smoke runter. Lol, das sieht echt trollig aus. Die zieht eine Überwand. Ich sehe sie aber nicht mehr. Ich glaube, die haben sich verzogen. Ja, nach hinten. Die sind weiter die Klippe runtergegangen. Da können wir jetzt nicht mehr so wirklich pushen, muss man mal so sagen. Naja, der nächste Push wird echt scheiße für uns. Die haben auch noch die Zone auf ihrer Seite. Unten, äh, Nord- oder Westen ist auch noch ein Dutch, ja, ne? Ein gelber. Aber guckt der nach Osten? Ne, der guckt nach Süden. Habt euch nicht so, wenn wir gleichzeitig laufen, geht das. Steven, du hast wieder erschossen, denk dran. Er will die Chancen minimieren, dass das passiert. Genau, deswegen sag ich ja alle. Tobi, meinst du kannst unten an dem Stein... Don't kill yourself. Geh da unten an dem Stein noch mal ein bisschen lang. Guck dahinter, wenn möglich. Und schrei, wenn du beschossen wirst. Ich schmeiß erstmal Smokes. Weißt du was? Da hab ich auch Bock drauf. Oh, die fliegt aber ein bisschen falsch. Eines ist aber oben liegen, die liegen. Okay, Schüsse, Achtung, aus 255 Westen, weit weg. Die schießen hier hoch. Tobi, die haben wahrscheinlich Vision auf dich. Oh, hier haben sie ihn dann erschossen. Und gelootet. Hier sind Leichen. Oh, Leute, ich glaub, hier haben sie gereckt, hier. Oh, Leute, jeder weiß, dass wir hier sind durch die Smokes. Wat? Hier ist noch 5-5-6er Ammo und eine 2-1-1-2-4-9 ist hier auch. Ich muss mal kurz wechseln, Jungs, tut mir leid. Also hier ist keiner. Snapbar. Ich hab hier AK-Amo übrig. Ist jemand noch ne Suppressor, also UMP-Suppressor? Ich bin erstmal in Energy hier. Flottig. Jungs, wir sind in der Zone, das ist so trollig. Wollte ich gerade sagen, die Jungs, wir sind in der Zone. Wir können das richtig verfolgen, wie sie jetzt hier sich alle kaputt schießen. Ich hab ne Echtkeitsgelootet gerade. Ja, komm, sind welche? 150 oder Südosten im Wald unten. 4 Stück, 5. Ich auch, ich seh sie. Die feiten sich da. Soll ich mal schießen mit der VSS? Ja, Metapals, es gibt hier. Ich guck mir das Spektakel an, wie sie jetzt laufen gehen. Angehittet, angehittet. Lol, lol, lol. Das sieht so witzig aus. Aber die haben mich trotzdem gesehen. Au. Ja, ich hab's gemerkt. Danke für den Hinweis. Boah, das sind so viele. Also ich so, ich lieg das in AKM rum, ne? Falls ihr eine haben wollt. Das ist eigentlich nervig. Wir sind hier auf dem KC-Zell. Die wissen ja eh, dass wir hier sind. Komm, lass schießen. Aber nicht drauf gehen, Jungs. Jetzt. Für den Quatsch. Ich hab nicht viel Munition dafür. Hier liegt noch ne AKM. Also wir haben da gerade sechs Leute. Sechs Leute sind da gerade verreckt. Ich hab über 100 Schuss AKM Muni hier abgelegt, Jungs. Ja, aber ich hab keine Waffe auf dem Ferner. Das sagt. Hab ich auch nicht. Ich hab nicht mal das richtige Scope dafür. Wir haben es nicht so weit, aber wir müssen trotzdem Westen- Ich hab vierer Scope. Westen-Circle. Oder Südwesten. Hätt gesagt am Norden-Circle. Westen-Schüsse. Und da läuft noch einer. Südosten-165. Gerade. Ich mein, ich hab ihn gesehen. Am Baum, ne? Mhm. Ja, der läuft da. Ja. Er hat uns aber auch gesehen. Er hat uns aber auch gesehen. Ja. Aber der hat uns gesehen, dass wir ihn sehen. Er guckt. Wir müssen Moven. Alter, da kommt noch einer. Von rechts. Von links ist auch noch einer lang gelaufen. Hopp ein. Headshot ausgelockt. Von links, da ist noch einer zu den anderen gelaufen. Der Baum war. Ihr müsst euch ein bisschen Richtung Zone bewegen, Jungs. Ja, ich weiß. Nicht ihr, wir. Ich mach's ja grad schon, deswegen. Hab's gesagt. Oh, Leute, ich hab mein Köln. Ich seh bei den Häusern im Westen schießen sie. Die laufen da hin. Mehrere Leute. Oh, da stehen noch zwei Autos da am Süden. Oh, war das lustig, Jungs. Aber die haben uns nicht direkt gewusst, von wo die VSS schießt. Frech. Ja, die haben hochgeguckt. Frech. Wenn du dann so einen Kopf da siehst, ja, dann... Frech, dass die hochgeguckt. Wenn du dann so vier Köpfe siehst. Ja, vor allem... Nee, nee, meine haben sie nicht gesehen. Also bitte. Ja, meine haben sie auch nicht gesehen. Aber jetzt Vorsicht, Jungs. Am Auto, am Jeep unten. Da ist... Da ist ein... Da ist einer dran. Am Jeep. Richtung, okay, okay. Ich hab... Südwesten. Achtung, Achtung. Der wird beschossen. Südwesten. Oh, lol. Jungs, schau mal auf, die Schüsse links von uns sieht auch noch welche. Ja, Schüsse im Osten noch. An den Häusern. YOLO, Jungs. Südlich von uns. Erlandseid. Sind die am Jeep tot? Weiß ich nicht. Süden von uns. Zwei Stück. Der eine am Jeep bewegt. Sie müssen... Ja, sie sind da laufen. Sie wollen in die Zone. Hab einen gekillt. Ich laufe ein Stück rein. Da ist noch einer, da ist noch einer. Wo denn? Hab ihn ausgenockt. Oh, ich werd angehittet. Direkt im Süden. Äh, 210. Killt. Alles down. Ja, Mann, ich hab den anderen. Äh, im Westen war noch ein Schuss. Schall gedämpft. Muss eben... Ich denk im Haus. Im gelben Haus im Westen. In dem kleinen gelben. Bei den Häusern. Hast du Mennix hier in einem Whisky-Winne? Irgendwas kleines? Ich hab nur First Aid-Kids für das bisschen. Ich geb dir zwei First Aid-Kids und dann nimmst du dir zu First Aid-Kid. Dann ist dann keiner mehr zum Berg hoch. Ihr wollt da lang? Einer noch in der Garage neben dem gelben Haus. Hab ich angehittet grad. Ich hab noch keine Vision auf das... Ah, jetzt seh ich das Haus. In der Garage ist noch ein zweiter reingelaufen grad. Ich hab seinen Kopf gesehen. Und im gelben Haus. In der Garage ist jetzt wieder einer. Boah, ich werd dick gehittet. Ich wurde dick gehittet von was. Oh, meine Westen. Bei den Häusern sind drei Leute mindestens. Ah, ich seh da jemanden. Fünf Gegner insgesamt. Da läuft einer am Zaun hinten. An dem Container. Der läuft an dem... Da läuft einer lang. Die müssen laufen, Jungs. Die müssen zu uns. Ja. Denk dran, nördlich waren auch noch welche. Hab ihn. Nice. Da kommt die laufen, alle. Die laufen. Einer ausgenockt. Zwei tot. Einen gekillt. Der einer ist am Stein, der noch. Der ist am Stein, der stirbt aber. Nordlich, nördlich. Äh, fuckboy Shad, fuckboy Shad im Norden. Hat jemand Munition, AK-Muni? Nope, die hab ich 150 Schusser so liegen lassen vorhin. Oben auf dem Berg. Hab ich auch dreimal angesagt. Ja, ich war... Ich hab ihn an der fuckboy Shad, passt auf, der hat gezielt. Ich hab ihn jetzt suppressed einmal. Wo, dahinter oder davor? Direkt dahinter. Hab ihn gehitzt. Das ist noch zwei mit uns alive. Das ist nur einer, der dort ist, oder? Ja, ja, da war nur... Ich hab nur einen gesehen bis jetzt. Aber den hab ich zweimal gehittet schon. Ich hab nur noch 16 Schuss für die Waffe. Und die andere ist ne Uzi, ey. Ich glaub mir nicht, dass ich damit treffe. Ja, komm her zu mir. Ich spiel die ganze Zeit mit, äh... Der ist mir. Whisky. Komm, komm. Der hat dummerweise die Zone auf seiner Seite. Wir könnten höchstens uns aufteilen. Aber da müssen wir aufpassen, dass wir nicht hinter den Bäumen irgendwo jemanden erwischen. Danke. Ich geh'n weiter nördlich an dem Raum. Die müssen alle irgendwo im Nordwesten sein. Feuerschutz für mich kurz, bitte. Nice. Er guckt! Hab ihn einmal angefrackt. Kann irgendjemand, äh... Südlich zirkeln in den Kreis? Südlich, da ist nichts. Kann ich grad sagen, da ist nichts. Soll ich jetzt machen, oder wat? Ja, dann wird... Wird keiner. Das ist ne doofe Idee. Hat er rausgeguckt? Nein, ich seh nix. Das mein ich, der kann dich sehen, ohne dass wir ihn sehen. Okay, dann lauf ich dann wieder zurück. So, wieder raus. Da, er guckt. Er hat mich versucht anzuschießen, hat's aber nicht geschafft. Okay, jetzt muss er. Ich muss er. Nee, das ist noch drin. Ich fass es nicht. Nee, das ist es nicht. Da, er ist da. Hab ihn! Aber das ist nur... nur einer. Den hinten... Ja, den da hinten hab ich. Die anderen an den Bäumen? Nee, die müssen beide, glaub ich, dahinter sein. Ja, beide dahinter. Einer, einen hab ich erwischt. Ich lauf jetzt zum Baum, der kann mich... Ja, ich... Er will mich, er will mich. Er hat mich geertet. Ich hab ihn. Nice. Nee, du. Meiner. 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 Wer hat nochmal gesagt, wir sollten aufhören, wenn's am besten ist. Das Beste ist ja noch nicht erreicht. Das Beste ist noch nicht erreicht. Oh, warte. Läuft bei uns. Ich wollte gleich kochen, Alter. Ich hab richtig Hunger. Ey, die VSS macht ein bisschen Spaß. Ich weiß. Ja, und... Was sagt das Diven zu mir? Die Kacke, lass die liegen. Auf die Runde oder nicht? Du musst halt schon krass drüberziehen, aber wenn du ungefähr abschätzen kannst, wie weit ist das geil? Ja, es macht Spaß, vor allem du hast ne 9mm Ammo, egal wo du bist, du kriegst es. Loll.